Nein, nicht vor mir im Staube knien, nicht mir im Arm wie Rohr zerbrechen. Ist erst der Stunde rauscht dahin, ich weiß, du wirst es an mir rächen. Jetzt ist dein Aug von Tränen nass, doch manchmal blinkt's wie Mördereisen. In deiner Liebe grollt der Hass und droht mich künftig zu zerreißen. Wo ist der Held, der frei vereint, mit mir auf Lebenshöhen stiege? Der tröstet, wenn das Herz mir weint, und mit mir lächelt, wenn ich siege? Der nicht Gebieter ist, noch Knecht, der fühlt, wie stille Wunden brennen, der schonend, auch dem Zertern recht, sich neigt in Willigem erkennen. Wo ist der Held? Es tönt von fern, wie Gruß von ihm, An meine Ohren, der Held, der meines Lebens Stern, wird erst nach meinem Tod geboren. Gedichte wie dieses von Isolde Kurz benennen schon deutlich, was die Frauen damals in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von den Männern hielten. Eine andere Lyrikerin dieser Zeit war Maria Janitschek, eine Österreicherin. 1889, da war sie, 30 Jahre alt, erscheint ihr Gedicht »Ein modernes Weib«, das damals, Sie werden gleich merken warum, auf heftigste Ablehnung stieß. »Ein modernes Weib« von Maria Janitschek. Ein Mann beleidigte ein Weib. Es war von jenen schnöden Taten eine, die kein Weib vergessen und vergeben kann. Geraume Zeit verstrich. Da, eines Abends, ward an die Tür des Fräflers laut gepocht. Er rief »Herein« und sah voll tiefen Staunens in Trauerkleidern eine Frau vor sich. Sie schlug den Schleierball zurück. Er blickte in ihre großen, stolz erstarrten Augen, in diese großen, schmerzversenkten Augen. Er lächelte verlegen, denn ein Schauer erfasste ihn. Er bot ihr höflich Platz. Sie aber dankte und mit ruhiger Stimme sprach sie zu ihm, »Du hast mich tief beleidigt. Es war nur Gott dabei. Vor diesem Gott, vor dir und mir allein, will ich den Flecken, den Makel meiner Ehre, zugefügt von deiner Hand, verlöschen. Höre nun, um dies zu tun, bleibt mir ein Mittel nur. Ich kann nicht gehen, um einem fremden Menschen das, was ich selbst mir kaum zu sagen wage, zu offenbaren. Deshalb gibt's eins nur. Hier sind Waffen. Wähle!« Sie stellte auf den Tisch ein Kästchen hin und öffnete den Deckel. Lange standen die beiden Menschen stumm. Er sah sie an. Sie hielt das glänzend große Aug gerichtet fest auf die Waffen. Plötzlich brach er aus in lautes Lachen. Dadurch glühte feurig ein tiefes Rot die farbenlosen Wangen der jungen Frau. Wie, wenn die ganze Antwort dies Lachen wäre? Sie hätte schreien mögen vor Wut und Elend. Aber sie bezwang sich und sagte mild, »Wenn dir ein Unvorsichtiger zufällig auf den Fuß getreten wäre, du würdest ohne lange Überlegung ihm deine Karte in das Antlitz schleudern. Nichts Lächerliches fändest du dabei. Nun denk, nicht auf den Fuß trat mir ein Mensch. Mein Herz trat er in Stücke, meine Ehre. Verlang ich mehr, als du verlangen würdest, für einen unvorsichtigen Schritt? Sag selbst, ist das nicht billig?« Liebes Kind, du scheinst es zu vergessen, dass ein Weib sich nimmer schlagen kann mit einem Manne. Entweder geht zum Richter, liebes Kind, gestehe ihm alles, gern unterwerfe ich mich seinem Urteil. Nicht? Nun, dann bleibt dir nur das eine noch. Vergesse, was du Beleidigung und Schmach nennst. Siehst du, Liebe, das Weib ist da zum Dulden und Vergeben. Entweder Selbstentehrung, wenn nicht ein ruhiges Tragen meiner Schmach, und das, das ist die Antwort, die ein Mann zu geben wagt der Frau, die er beleidigt? Eine andere wäre gegen den Brauch. So wisse, dass wir Frauen gewachsen sind im 19. Jahrhundert, sprach sie mit großem Auge und schoss ihn nieder. Eine weitere österreichische Lyrikerin ist Ada Christen, Brieffreundin von Theodor Storm. 1839, in Wien geboren, musste sie schon als Kind sich ihren Lebensunterhalt selber verdienen. Erst als Blumenmädchen, dann als Handschuhnäherin und mit 15, da wurde sie Schauspielerin in einer Wandertruppe. Ein kümmerliches Dasein fristet sie. Zwei Gedichte von Ada Christen sollen sie jetzt hören. Das erste trägt den Titel Elend. Hab oft mich nicht zurechtgefunden, da draußen im Gedränge und oft auch wieder wurde mir die Welt hier fast zu enge. Dann liebte ich schnell und lebte schnell und schürte mein Verderben. Der Pöbel johlte und ich lachte zu meinem lustigen Sterben. Und das zweite Gedicht von Ada Christen, das trägt den Titel Menschen. Als ich mit der Welt zerfallen, schweigend ging umher, da fragten die lieben Menschen, was quält dich denn so sehr? Ich sagte ihnen die Wahrheit. Sie haben sich fortgedrückt und hinter meinem Rücken erklärt, ich sei verrückt. 1901 ist Ada Christen anerkannt und verehrt als 62-Jährige in Wien gestorben. Noch einmal zurück zu Isolde Kurz, von der dieses »Nein, nicht vor mir im Staube knien« Gedicht stammte. Isolde Kurz ist 1853 in Tübingen geboren, als Tochter des Novellisten und aufrechten Demokraten Hermann Kurz. Von Deutschland, wo sie aufwuchs, und von Italien, wo sie nach dem Tod des Vaters mit Mutter und Geschwistern lebte und dass sie den Lieben, den goldenen Süd nannte, handelt das folgende Gedicht. Sollten sie nicht wissen, was ein Niffelheim ist, gleich werden sie es von Isolde Kurz erfahren. Landregen Hilf Gott, wie ist die Welt so nass? Regen, Regen, Regen! Schon drei Tage ohne Unterlass schwimmt's auf allen Wegen. Um die Hügel spinnt's, von den Dächern rinnt's und die Leute blau gefroren, wie mit dem Regenschirm geboren. Nebel liegt auf See und Land wie ein graues Packtuch ausgespannt. Deutsche Natur, dran erkenne ich dich, wie die Hausfrau so sparsam und bürgerlich. Diese Wälder und laubigen Höhen wären für alle Tage zu schön. Deckst sie mit grauem Segeltuche, sparst sie für seltene Sonntagsbesuche und die Berge so fern und fahl steckst du ins Wolkenfutteral. Drunten, im Lieben, im goldenen Süd wird die Sonne zu scheinen nicht müd, scheint sich selber zu Lust und Ehr, tut nicht, als ob's was Besonderes wär. Dort, ja dort, hier aber plätschert es fort, nach dem Wahlspruch biederer Bürgersleute, wie wir's gestern getrieben, so treiben wir's heute, plätschert's aus purer Gewohnheit fort. Güsse folgen auf Güsse, nordische Sommergenüsse und das Licht der Laternen, das Qualm erstickt, mit hundert Augen aus Pfützen blickt, die Wiesenmoreste, die Straßen Leim, die ganze Welt wird ein Niffelheim. Erst 1944, mit 91 Jahren, ist Isolde Kurz in der Nähe von Tübingen gestorben, nachdem sie als Deutsche aus Italien ausgewiesen wurde im Zweiten Weltkrieg. Von ihr, wie von Ada Christen und Maria Janicek, gibt es heute keine Bücher mehr in den Buchhandlungen zu kaufen. Wahrscheinlich, weil sie so schlechte Gedichte geschrieben haben.